doch dann würde ich sagen lass mal anfangen das ist eine der ersten runde mit trickster sind warum hast du denn die perks ganz einfach weil ich die leute erst mal kleines bisschen hochlevel so dass ich wenigstens ein paar perks mit denen habe nicht direkt nur mit einem spiel ich persönlich gesehen ein bisschen dumm finde lieber erst mal so ein paar blutpunkte ausgeben für die dude ich habe da eben gesehen dass die krähen da gelandet sind und hier ist einfach gar keiner und schnatsen ach da ist jemand hallo gz öffnen sie die tür okay dann kommen also ein okay du willst mich jetzt einleitig verarschen sie wird 60 ich werde total der nicht wenn ich es ja alles dicht von anfang an gewickelt ist es vielleicht nur geschafft oder so so da kannst du haben so poppen wir hier ein bisschen mit den Wiesen ich habe schon gehört dass du da langläufst wenn mich in bleib stehen ja 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 hier ist nichts du bist tot habe ich doch gesagt so komm mal mit fräulein aber einen schönen Hack für dich ne ja kannst du haben kurze Nachladen ich hätte uns die ich benutze also das gelbe ist das damit die anfängliche Wurfrate ein bisschen schneller ist und habe ich hier nicht jemanden noch rum ich höre hier doch jemanden du willst mich echt verarschen oder so einen Scheiß kannst du bringen mit eiserner Wille aber noch nicht so ja genau lauf mir schon mal entgegen ich komme dann hinterher ja ist das jetzt dein Ernst ich meine jetzt wirklich ist das dein Ernst ja ich bin im Sieg muss ich noch ein bisschen mit dem üben komm mal mit du kommst auf den offiziellen Feng Ming Haken befindet sich da hinten Aussicht ist ja mittelmäßig aber ist ganz schön ne hier sind noch ein paar bunte Ballons dran und wie du siehst dem an ist noch so ein Drink du kannst ja auch holen wir uns mal Krönchen für den Trickster ne so da bitteschön du bleibst gefälligst da ja ja keiner hier da ist auch keiner Dude und nochmal zum mitschreiben ich bin nicht taub vielleicht lernst du ja daraus wenn du in eine neue Runde kommst ich weiß ich hätte dem es noch eine Chance geben können und sonst immer so ich kenne das ja gibt man den eine kleine Chance besonders ist es ein Killer mit dem ich noch nicht wirklich gut rumgehen kann wenn ich dann dem eine kleine Chance gebe denken die dann nach oh wir sind voll OP wir müssen am Geld dann T-Bangen und alles mögliche weil wir voll die krassen Survivor sind und so äh nein seid ihr nicht oh oh Der einzige Grund warum du noch stehst ist weil ich das üben will bleib stehen ich will üben du sollst stehen bleiben Ja, das mit diesem extrem schnell werfen ist möglich, also da muss ich mal ein bisschen... Bleib stehen, habe ich gesagt. Was soll denn der Scheiß, Mann? Ich sag das ganz freundlich. Bleib mal stehen. Ich muss noch was üben. Und nein, verpiss dich. Dann bitteschön, hast auch eine tolle Aussicht und nebenan gibt es noch einen Drink, wie du gesehen hast. Euer Ernst? Die hättest du vorher schmeißen müssen. Hi. Fäng nie, bleib stehen. Ich habe dir zwischen eh verloren. Bleib doch verflugt doch mal. Was war das denn? Kommst du wieder auf den offiziellen Fengming-Haken? Da, bitteschön. Nur weil ich Fengming-Smart habe, habt ihr automatisch bei mir VIP-Status. Deswegen kriegt ihr auch eure persönlichen Haken. Das hat nicht jeder Survivor, ne? Sag mal, lasst hier mal eure Wechsgriffe von meinen Scheiß-Generatoren. Ich habe die extra dahingestellt, damit die nicht arbeiten. Lass das. Okay, du denkst echt, das wären 360s oder was? Da, bitteschön. Ja, ist auch ein 360. Direkt auf der Birne. Weißt du was? Ich bin sicherlich, dass die Fenglings teilen. Hier. Kannst du auch mal gucken, wie es auf dem offiziellen Fengling-Haken ist. Ich popp' auf den Jen machen, das wäre absolute Verschwendung. Guck mal, ob die den da hinten machen oder so. Oh ja, mach dir mal. Ja, sieht nicht so aus. Okay, okay, okay. Ja, ja, mach dir mal. Ich mach hier inzwischen mal ein bisschen kaputt. Jetzt gebe ich denen ja doch noch Chancen. Wieso? Warum rennt ihr da lang? Was wird das? Bleibt da liegen. Wenn ich wiederkomme und du liegst nicht da, dann werde ich sauer. Na, du bleibst jetzt da. Wart mal, ich kann dich am Moring? Genau, kann da... Kann da mich am Arsch lecken. Hier, meine Karte. Empfehlen Sie mich weiter. Okay, du bist da durchgesprungen. Tu mal so, als würde ich hier lang kommen. Und jetzt kommst du hier raus. Ja! Hi. Kriegst auch ein paar jetzt jemand. Und zu dir sag ich auch nur noch eins. Genau, kann da nicht am Arsch lecken. Hier. Ich trete übrigens auch bei Kindergeburtstagen auf. Du auch? Na, hier, Bitsche. Hier, Messer zum Mitnehmen. Und auch hier, meine Karte. Die, die ich jetzt mit dabei habe, das ist einmal, dass die Schnittwundenanzeige ein Zähler wenig hat. Das ist der USB-Stick. Und das andere ist, dass ich statt... Ja, das ist halt 5. Ich habe gar nichts gemacht. Das andere ist halt, dass ich 15 Messer mehr habe. Das ist USB-Stick, das andere halt... Ich habe irgendwas mit Bohr oder sowas. So, was Schlangenhaut oder... Keine Ahnung, irgendwas in der Richtung oder so. Zumindest ist glaube ich das. Hey, Tampon. Ach ne, du bist kein Tampon. Du bist ein Mergün. Mergün. Bleib stehen. Versuchst du mich jetzt hier zu lupen? Dann musst du besser machen. Da. Schiebt ihr denn lupen sonst wohin. Du-du-du-du-du-du-du die-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ja, kannst du haben. Ich suche jetzt die anderen. Da ist Korrupte drauf. wie kann das schon excuse war über die fahrchen glaub glaub ich bin zu hause schatz hast du mir was gekocht heilscheiße kommt eine ganze sand her mein staubsauger aus die scheiß kakten überall hingestellt immer vor da fällt jetzt jemand rein tut doch weh ja da lang da geht es nicht weiter ich mach mal extra so das kannst du mit schnell und leise machen jetzt komm da raus komm da raus what the fuck aber ich muss sagen das wurde die stylischste teleko teleskop schlagstruck den jemals gesehen so hier wie er machten djinn das sind meine ich habe euch gesagt ihr sollt eure wichsgriffel davonlassen ach dein ernst raus da kommst direkt wieder hier runter meine frische meine frische also ich höre hier insgesamt zwei megans rumstöhnen schuldigen aber dafür muss ich meine klingen auspacken denn so klopft klopf du 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 dir nennt Okay, sie geht auf. Ich zeige dir mal einen Trick. Hier, bitte schön. Auch wenn du aufgegeben hast. Ich habe dich noch nicht aufgehakt. Tut mir leid. Hätte ich früher aufgeben müssen. Natürlich. Ich muss ein bisschen natzen. Das ist übrigens der offizielle Mech-Haken. Und jetzt verpiss dich aus meiner Lobby. Verpiss dich. Hau ab. Geh. Hier. Und das noch mit, während du dich verpisst. Mech-Haken. 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 Okay, das ist jetzt glaube ich ein kleines bisschen unfair. Guck mal, ich sehe da schon Kratz-Spuren. Was ist das? Ja, das ist die Nähe da hinten. Nähe, mein Love. Das hat dir jetzt mal gar nichts gebracht. Ähm, warum weißt du da lang genau? Ich bin nicht blind. Und du anscheinend blöd. Du bist eine Schande für jeden Näher, Maine. Mein Bruder würde dich da verhassen. War immer jemand zu Hause hier irgendwo? Ich bin der neue Nachbar. Ich wollte euch mal meine Messersammlung zeigen. Hallo? Ich use more? Ähm. Bolle-Woo-Vor-Arsche? Das ist wohl jemand. A, F, K, K. Ja, schau dir was. Guck mal, wenn du die Kacken gehen musst, dann mach das vor der Runde. Hier kannst du es haben. Den Ding sag ich, ich bin blind, oder? Ich weiß, dass ihr da in dem Haus seid. Also jetzt mal ganz ehrlich. Okay, Megan, du wirst zu Tode getunnelt. Alleine nur dafür. Soll das die 360 sein, ja? Hier, 360 mich am Arsch. Ich würde es, nein. Ich würde es nicht machen. Wird er da, wenn es fertig ist, hä? Nein, hier gibt es nichts mit aufgeben. Nein! Ja, gut, dann verpiss dich aus meiner Lobby. Oh, ja, für dich. Gut, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe mal, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf habt, seht ihr uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Haut da rein.